Und unser Kollege Jan ist ja im Moment im Urlaub und hat was Interessantes beobachtet. Auch da gibt es Fernsehen in Vietnam und zwar Lotte TV. Siehste? Unsere Lotte. Unsere Lotte ist sogar in Vietnam ein Star und ein ganzer Fernsehsender ist nach ihr benannt worden. Lotte, da staunst du. Wobei, wenn man das vielleicht nochmal zeigen kann, Vanessa an die Regie, ich weiß nicht, ist sie jetzt die Lotte? Also ist das die Moderatorin? Lotte? Also wir vermuten, ich vermute ja wirklich eher, dass sie von unserer Lotte gehört haben und dass sie zu Ehren unserer Lotte eben diesen Fernsehsender kreiert haben und auch benannt haben. Ja, na gut, dann glauben wir das mal, Marlene. Richtig.